Servus Leute, heute habe ich einen Scaf Run für euch auf Streets und ich muss sagen, das war ein Raid. Ja, da hat einfach alles gepasst. Der richtige Scaf mit der richtigen Waffe, die richtigen Gegner in der richtigen Situation und es gab auch noch einen Haufen Loot zu holen. Das Ganze ist gelaufen auf meinem zweiten Account. Ich wollte einfach bloß ein bisschen Kohle machen und das habe ich auch geschafft, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Schaut es euch einfach an. War sehr unterhaltsam, sehr spannend und ich bin übrigens dazu täglich live auf Twitch.tv. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment. Lasst mal ein Follow da und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Jetzt viel Spaß. Im Tarkov-Klon? Was meinste? So, jetzt schauen wir mal. Oh, Premium, äh. Lost Light? Noch nie gehört, was ist das? Wenn es ein Tarkov-Klon sein soll, hätte ich davon schon mal gehört. Scaf. Zwar kein Player, Scaf. Der hat einen riesen Rucksack, man. Jawohl. Ciao. Ciao. Okay, als erstes. Oh, danke, mein Freund. Mein Gott, heute wird an meinem Strahl gekotzt, habe ich das Gefühl. Ei, 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 ei. Was ist hier los? Wieso kann ich hier nicht looten? Oh, okay, okay. Danke, SVD. Ohne Mist, er hätte nicht im besseren Moment kommen können. Überragend, der Mann. Überragend. Oh Gott, no way. Ja, und nie im Leben bringe ich das hier raus. Ist doch wieder scripted, ja. Auf jeden Fall. Mai AP. Mai, oh, sorry. Ich lass den Witz. Mai, oh, Mai. Ei, shit. Woher willst du? Chronix und... Ei, ei, ei. Yo, dude. Ich muss hier sowas von raus, ey, ne? Lieber Gott, Alter. In dem Leben kriege ich die Scheiße hier raus, ey. Oh, come on! Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Ich muss hier auf jeden Fall weg. Yo, dude, go loot. Dude, go loot. I'm a scav, by the way. I'm a scheezer. Guys, get the loot. Holy shit. Holy shit. Ich gucke dich, alles und in der Produkte. Holy fuck. Ey. Wo ist der nächste Exit? Klippe auf Shopping-Moroder. Was ist sowas von weg Hey, es gibt Scarefronts, die sind einfach, die sind wild. Ich sag's euch, die sind wild. Das ist wieder alles gescriptet. Alles gescriptet, ey. Unglaublich. Das spawnste, da steht irgendwo so ein Skeff. Du weißt doch nicht, dass es dein bester Kumpel wird, dein bester Wingman, weil er auf irgendwelche Spieler schießt, die beim Looten sind. Außer seinen Kies, Wissi. Und dann hilft er dir beim zweiten auch noch, der voll an dir vorbeibratzt mit zwei Meter Waffen, auch noch zu gewinnen, ne? Allein die Spear ist found in red. Wisst ihr, was die wert ist? Ich krieg das halt nicht in mein Inventar rein, das ist das Problem. Das Inventar ist voll. Nein, kriegen wir schon hin. Ohne Mist, ey. Was ist Skeffron? Chronix 187 und Hopeful 132. Die haben keinen Bock mehr. Die Jungs haben keinen Bock mehr. Problem ist, jeder Skeff hält mich für einen PMC. Garantiert. Ich hab ein Problem. Ja, wo soll ich das Zeug hin tun? Ich sag mir jetzt nicht, das ist Kolontal. Ja, der zweite Account ist wieder gescriptet. Ihr habt ja recht. Das kann nicht anders sein. Oh, shit. Oh, shit. too. Ganz schöne Aufgabe, da zum Exit zu kommen. Kein Scheiß, ey. Das war ein Spieler. Ei, ei, ei. Was ist eigentlich mit euch? Du hast einen Flier. Oh mein Gott. Kein Flier, schade, ich dachte schon. Da kriegt man die Skoda. Oh, nein, nein, nein. Das ist ziemlich sicher Kolon sein, ist nicht das richtig? Das waren schon die zwei Wachen. Das ist der zweite Boss in dem K-Bahn. Gut. Passt. Komm, mach mal hallo YouTube draus, auf geht's. War doch mal brauchbares Gaffrate. Es hätte doch schlimmer kommen können. Es hätte schlimmer kommen können. Ei, ei, ei. Da besonders hockt da noch ein Spieler. Ich meine, what the fuck? Übertrieben gute Runde. Mal sehen, ob ich die überhaupt jetzt hier alles reinbring, ey. Das war die Spier erstmal. Und I've been counting days to get away to see you again, see you again. Been fighting ways to get away to see you again, see you again. Yeah.